Guten Morgen Guten Morgen Guten Morgen, verdammte Scheiße! Kack die Wand an! Der Akku ist noch nicht ganz geladen, da ist die Nacht schon wieder vorbei und ich muss hier Rabatz machen, damit du deinen Arsch aus dem Bett bekommst! Meine Großeltern, die hatten es noch gut. Hier und da wurden sie mal zum Telefonieren gebraucht. Der Rest des Tages war Eierschaukeln angesagt. Und ich, armes Schwein, ich muss Fotos machen, MMS verschicken, im Internet surfen, Videos drehen und als ob das nicht alles reicht, muss ich dich blödes Stück Scheiße noch aus dem Bett schmeißen. Wie gerne wäre ich ein Nokia 3310? Aber nein, ich muss so ein neumodisches Kackding werden. Jetzt habe ich die Schnauze voll, schwing du deinen Arsch unter die Dusche und lass mich noch ein paar Minuten an der Steckdose hängen. Sonst habe ich den Tag über nicht genug Saft, um deine Rumpfummelei auf meinem Display zu ertragen. Also, bis später!